ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja, ich hab dir grad irgendwie 5 oder 6 Steaks gegeben. Ich hab ein halbes fucking Herz. Oh shit. Und du willst mir sagen, du hast nicht zu essen dabei? Ja, ich hab nichts mehr, ne. Rotten Flasch kannst du nehmen. Rotten Flasch. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Rotten Flasch ist so geil. So, jetzt müssen wir ein bisschen leiser sein, weil Puppe muss gescheit bauen. Ja, richtig. Warte, Essen hab ich dabei. Ich hab hier ne Möhre schon. Komm ich sofort. Mach lieber die Möhrenchen. Mach bitte die Möhrenchen. Warte mal. Alter, schlapp mich nicht. Hier, chill mal deine Bauer an. Achso, hier, dann kriegst du deine Möhre hier wieder. Oh, geil, ne Möhre. Wie konnte man nochmal die Hut... Ah, ja. Die Hut, ey. Tastin, komm mal, Tastin, komm mal, komm, komm, komm. Woll, komm in mein... Lol, was ist das denn? Ja, geil, ey. Wann entsteht ne blöde Truhe? Lol. Das sieht geil aus. Das ist ein R-X-I-V. Yo. Was macht ihr denn? So. Das ist ein Zeug. Das ist ein Hut. Ich hab einen coolen Hutsch gefunden. Achso, lol. Ja, das ist richtig. War mir jetzt Farben? Ich dachte... Ja, aber ich mach bloß noch mal das Filzern, ne. Das ist gecraftet. Ah! Warte mich! Warte mich! Warte mich! Warte mich! Aber du kannst eigentlich mitfarmen. Ja, da ist ein Skelett. Was ist das denn? Papa ist da! Aua! Musst du rein? Dann können wir halt farben. Dann komm ich mit. Wie? Geht jetzt auch farben, oder wie? Ja, aber bloß Sand und Marble. Achso. Nichts, äh, nichts Weltbewegendes, möchte ich sagen, liebe Damen. Ja, damit kann man bestimmt nicht die Welt bewegen. Ne. Ja, weil, weil, weil... Also standing still, weißt du? Das kann man nicht damit die Welt bewegen. Natürlich kann man mit Sand die Welt bewegen. Immer weiterbauen. Pfff. Oh ja. Wir werden so viel Sand verbauen, dass die Welt... Also, ich mach's ja immer noch schauen. Die Sonne rast! 9 Mini-Enderman! Hey! Nicht angucken! Was? Mini-Enderman, what the fuck. Okay. Nicht angucken. Der ist schlimmer als die Großen. Der ist ja hässlich, ey. Wenn du den tötest, kommen zwei Große. Lo... Was? Wirklich? Ja. Die greifen ein bisschen an. Nein, ohne Scheiß! What the... Und wie glaub ich dir das nicht? Es war damals so. Aber ich glaub auf dem neuen Zweifel ist es... Okay, ich glaub, ist es nicht. Nicht? Damals war's so. Das ist doch ne Verarsch ist das, Demi! So. Bau jetzt. Wo können wir... Jetzt sag mal, wo wir hier runter gehen können. Ich muss ja mal nochmal Spitzhacken für mich bauen. Ja gut, dann nicht. Dann geh ich jetzt los. Guck mal, wir jetzt zwei Sekunden warten, Alter. Wichser. Ja, Mann! Ich weiß doch noch... Wichser! Wichser, Alter! Du dummer Wichser! Du dummer Wichser! Wichsen rumgeworfen, die normalerweise nur auf dem Teller serviert werden. Ja, das ist... Wichser! Ja, sehr geil! Geil! Wichser... Oh, lecker! Leckere Person Wichser heute! Da hab ich mich aber schon drauf gefreut! Ich hab schon wieder Schwer gemacht, Alter! Was... Was... Was ist denn mit dir los, Alter? Wenn die... Alter, bist du behindert, Alter! Wirklich, ey! Langsam regt mich das auf! Oh, bist behindert! Wollen wir langsam mal ne Pause machen? Wir nehmen schon acht Stunden auf! Ja, mindestens! Acht Stunden! Oh! Okay, also... Um eins klarzustellen... Wir müssen hier wieder raus, Danny! Du bist behindert! Wir müssen hier wieder raus! Ja, du moortest unbedingt ein scheiß tolles Punkt! Ja! Ja, Danny, da war zwar viel drin, aber wir hätten einfach zu... Erst zurücklaufen sollen, damit wir wissen, wo wir hinlaufen! Damit wir ein bisschen geordneter gehen, aber du... Nein! Ich muss jetzt da hin! Sag mal, läufst du eigentlich an allen vorbei? Ich fahr mich auch viel grad ab! Ja, ich lauf an viel vorbei, logisch! Warum? Ja, weil ich nicht cool bin! Du bist nicht cool? Nee! Ja, Wilms ist scheiße! Na Wilms, ich zeig dir... Ich hab jetzt ein Minder-Andyman... Andyman! Das machst du nicht! Minder-Andyman! Hallo! Andyman! Wipfen hier und dort und überall! Ist doch was anderes, aber okay! Ne, das sind Andyman! Das ist das neue! Hallo! Gummibären sind out! Die machen fett! Andyman, ey! Deswegen gibt's jetzt bloß noch Andyman! Andyman! Alter, Andyman! Fick deine Moller! Bims, kommst du her? Ja, der Andyman ist super geil! Das ist halt aber nicht nett! Muss ja entschuldigen! Entschuldigung, Andyman! Ja! Was willst du mit Soling? Wat? Soling war cool, Alter! Nee, Soling ist scheiße! Soling ist geil! Jeder, der in Soling wohnt, schämt euch! Schämt euch! Ey! Unsere Bude war mega Porno! Ortsführungen, ja! Ja, die Bude war cool, die Spinne war eklig! Und die Ortsführung ist komisch! Aber die Bude war cool! Ja, die Ortsführung darüber lässt sich... Ich meine, du verlässt Solingen, ja? Und bist die da drin? Ja, wir müssen uns... Alter! Wir müssen uns das nächstes Mal eine Soling Orientierungskarte kaufen! Ah! Da sind nämlich die ganzen Bromlöcher verzeichnet! Bims, wo bleibst du? Ich weiß nicht, wo du bist! Na, hier! Den Weg hoch! Ich farm gerade! Läufst du an einem vorbei? Du hast gesagt, wir gehen nach Hause! Hä? Läufst du an einem vorbei? Ich wünschte, du hast eben gesagt, ich gehe nach Hause! Ja, klar! Wenn man nach Hause geht, dann muss man an einem vorbeilaufen! Du bist zu Hause! Okay, alles klar! Yeah! Wir gehen nach Hause! Mann, Wilms, ey! Bist du so inkompetent oder baust du nur so? I wanna go home! Was? Wilms, komm her! Hier! Ja! Woher? Hast du Marvel gefunden? Hier! Bin links von dir! Nein! Hier! Wo gibt's denn Marvel? In den Höhlen vielleicht? Was fuck denn? Ja, siehste! Und deswegen wollte ich mich da runter bauen! Ich wollte eigentlich für die Zuschauer ein bisschen hellermachen! Hast du fucken? Nein! Warum fragst du mich denn? Ja, aber ich dachte, du hast fucken! Hab ich aber nicht! Ja! Gut! Danke, dass ich schon mal geredet habe! Was für ein informatives Gespräch! Hast du fucken? Nein! Hast du fucken? Ja, ich muss die Schuhe heller machen! Ich hab keine fucken! Also, hast du keine? Nein! Danke fürs Gespräch! Sag mal, Wilms, sag ich fackeln? Ich hab fackeln! Wilms, die sind gleich oben! Ich hab fackeln! Alter, fackeln! Alter! Man, da fackeln war nicht lange! Oh, Leute! Die fackeln war richtig! Du musst mal fackeln setzen hier! Ja, mach ich ja! Alter, lass mal nen Fisch garen! Aber Wilms, es regnet! Ich hab kein Regenschirm dabei! Ja! Tut mir leid! Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da! Ach, wir sind ja hier! LOL! Ich wär grad richtig im Dorf gelaufen, ne? Ich wär grad richtig im Haus gelaufen! LOL! Das hast du nicht gesagt! Ja, aber dein Dankeschön reicht schon! Kannst du noch machen! Mama, 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 Mama! Ja, danke! Mama, Mama, Pokerfels! Mama, Pokerfels! Du kannst herkommen, wenn du nachforschen willst! Und Lava ist hier! Na, geil! Keeper! Geil! LOL! Ich mach ihn tot! Ich hab ihn tot gemacht! Ich hab ihn tot gemacht! Geil! Alter, hast du Eigen-Creeper, weißt du? Und die rasten aus! Wir haben grad gegen eine Million Zombies gekämpft! Na, egal! Und dann kam die Aussage! Bleib mal bitte nicht zu laut! Ja, Udo, wir müssen uns konzentrieren! Könntet ihr bitte, äh, mal ein bisschen leichter sein? Wir müssen uns konzentrieren, weil wir gerade zuhause angekommen haben, nichts zu tun! Hier ist, hier ist Glas! Ja, das, äh, weil, weil, das hab ich ja gemacht, dass er ja keine... LOL! Was denn?! Du kannst doch noch Samen tragen, wenn du... Du, 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 du... Du, 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 du! Du, 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 du! Du, 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 du! Ich, 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 ich! Wir, 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 wir! Wir hast du denn jetzt die Fackel mitgemacht? Alter, LOL! Nein! Das kam nicht! LOL! Tot und das kann ich schon nicht wissen Das war wieder die intelligenz bestätigt was jetzt so geschlagen hält wie so Du bist schon das ist ja auch und über zuschlägt Ja ich schlage immer auf alle drauf Ach man, ey. Ich hab mit der Faust drauf, mit der Faust drauf Tommy! Faustkampf! Auf die Fresse! Ja, kannst du mal sehen, machst du nix, Alter Bam, 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 bam Ja, machst du nix, wie du machst, wenn du machst n'n, ey Ja, ich bist zu tot, scheiße aus dem Typer und ne Spinne, Loi Oh nein, ich geh weg Hallo Mann, hier ist ja kaum Mabel, Alter, was für n' Alter, ich hab eine, wir haben über 1,5, 6 Komm einfach zurück, du Arschloch, Kind Geh mal her, weißt du Was soll ich denn hergeben? Mach mal da rein Was denn? Das ist ein Mabel Mabel Ich hab so ein bisschen gekraftet Mabel Wow, also die Mabel-Ausbeutung hier, der war ja auch von 1.000 So, Puppli, jetzt müssen wir mal mein Zeug wiederholen Ja, nein, da ist da dein Zeug Wir brauchen mehr Kisten, wir brauchen mehr Leben, ey Du musst dann ein paar Steine setzen und dann ist da der Stein Alles klar Wo ist denn der Stein? Ja, der ist da unten, du bist ja witzig Was zum Beispiel Wenn du um das alleine auskommahst oder alles EIN CHEST! EIN CHEST! Was haben wir denn hier? Eisen! So, und dann wollen wir mal das Projekt angehen. Was? Have a nice shot! Bart? Ja, ich weiß nicht, wie die Shards aktuell aussehen! Nein! Keine Spinner! Oh Mann, ey! Du bist tot! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Das ist die Dummheit im Klug! Weiß nicht, geh raus! Ja, nichts ahnt! Auf einmal kommt da so eine Spinne von hinten angepimmelt und will mich Samen pimmeln! Oh lecker, Samen! Bespritzen mit ihren Fäden, ey! Pssst! Mann! Ist ja zum Kotzen! Gottslöster, Freunde! So, Puppe, wie weit bist du jetzt mit dem Haus eigentlich? Sind wir fertig zum Einzug bereit? Du musst dir mal angucken! Achtung, Spinne ist da draus! Ich hoffe, du hast deine Menge... Die Spinne ist nett zu uns! Aua! Alter, wer hat mich denn hier an? Das kann doch nicht wahr sein! Was ist denn hier los denn? Ja, auf jeden Fall nicht! Alter, wir können einziehen! Ja, würd ich sagen! Oh, hier ist mein Zimmer! Willi, ich muss das nochmal aufstellen, Du könnt doch nur nicht einziehen! Was musst du machen? Ich muss das noch alles aufteilen! Die ganzen Räume und die zweite Etage! Wir brauchen einen großen Raum, Puppe! Ich will aber mehrere Räume haben! Essensraum, Lagerraum... Ey, wir brauchen noch Toilette! Disco-Raum! Wir brauchen eine Ranch! Wir brauchen eine Toilette! Das ist wichtiger als eine Ranch! Weil, Danny ist schon auf der Ranch! Wow! Ja... Könnt ihr eigentlich ganz schön werden in das Haus! Wenn man so überlegt! Puppe baut erst rechtlich! Äh, Puppe, du kannst eigentlich... Eigentlich wär's cooler, wenn wir das andere Glas verwenden! Das ist das geile Glas! No! Ey, welches geile Glas? Das bessere Glas als das Glas! Nein, das bessere Glas nicht! Das ist... Wie nennt sich das? Ähm... Ja, du kannst das doch einfach machen! Weißt du? Nicht reden machen! Echt mal! Ja, ey! Der Hate! Ja, ist doch wahr, ey! Nein, Schüssel! Schüssel Glas will ich nicht! Nee, also... Ich mag das erstmal fertig machen und dann könnte er ja... Dann könnte er erst Glas machen! E parallel ... Pocket mir... Für die Gäste sind ein reisegepäck Entetor Hat mir nicht übel auf den Schildenden, Alter? Lär mal! Haben wir ja auch. Ah aber! Tinnhoff ist das Beste der Jessie Ich bin gerade dabei meinen Zug Disability zu Holmen! Eร〆 superficie Kann noch morgens genau sehen! Da hast du nicht gefragt, das hast du nicht gefragt, wem's jetzt gibt's aber hier aufs Maul, ey. Brauch'ne Diaspitzhacke. Diaspitzhacke, yeah. Dauert nicht lange, dann können wir umziehen. Dauert aber eh noch ein bisschen. Ich hab' gesagt, es dauert nicht lange, also höre bitte zu, Poppel. Ich bauele. Aber weißt du, weißt du was wir brauchen? Wir brauchen definitiv brauchen wir jetzt Obsidian, wir müssen ein Portal machen, damit wir Jeff bekommen können. Na mach doch. Ja. Ja, was denn? Du musst das mal, du kannst auch mal was machen. Ich... Ich sag nicht, dass du baust. Alter. Freunde, ich könnte den so eine ins... Alter Junge. Ins Maus schlagen. Na los, los. Was? Schuss auf, nehm dir nen Küper. Äh, Zombie, meine ich. Nehm dir, Zombie. Guck's hin. Habe ich gesehen. Seh! Ah! Ah! Beide Seiten. Intention, Intention. Haben wir noch was zu essen? Intention, please. Was zu essen, bitte? Scheiße. Wir kamen ums zu essen. Geh'n nicht mehr weg. Geh'n nicht mehr weg. Wir kamen ums zu essen. Du hast nicht, ist nicht nett. Hey, ich bin immer nett. Ich bin ein netteser Mensch der Welt. Nimm doch die Bären draus. Ja, ich bin ja nicht tot, Alter. Ich hab was. Ficksskelett, Alter. Ficksskelett, Alter. Hat er nicht gesagt. Kleiner Fickssfleck. Ficksskelett. Auf, 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 auf. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Auf. Easy peasy. Ich hasse aber Monster scheiße Wickse, Alter. Echt? Wir sollten auf Peaceful spielen, ey. Mach keinen Sinn. Pissvoll? Ohne Monster. Ja, pissvoll. Ficksskelett ohne Monster ist wie Pope ohne Monster. Wie Pope ohne Nase? Der gibt ja gar keinen Sinn. Wimpsch. Nein, ich brauch. Hat mir jemand ne Diaspitzhacke? Kannst mich da mal aufstellen. Nee, haben wir nicht. Keisel. Muss eine machen. Warum? Haben wir Diamant denn? Müssten wir haben, ja. Ja. Geil. Ja, ich muss ob sie die anderen bauen. Dann komm ich nicht an meinen Todesstein ran. Ja, ist das auch genau richtig. Das hab ich denn hier. Sehr geil. Genau so ist es richtig. Sehr geil. Meine beste Möwe, ey. Wow, was hab ich denn hier für ne Wrench gemacht, Alter. Wie macht man denn die anderen Wrench, Films? War für ne andere Wrench. Ah, okay. Ja, du brauchst mehr Bronze. We got nothing auf... Wer hat denn die Diamanten? Robert? Hat denn... Ich zeig dir was. Ey, was bist du so greizt, ey? Greizt, Junge. Was hast du da aufm Kopf? Geil, oder? Ähm. Ach cool. Guck mal hier, das würde ich jetzt Gas nehmen. Ja, ja, dann kannst du es ja hierhin machen. Guck mal, dann kannst du abhauen. Oh nein, das kann man sogar abhauen. Ja, dann gibt man ja aber alles. Oh nein. Loll, hast du nicht gesagt. Mehr hab ich mir noch nicht gemacht. Wo sind die Diamanten, Freunde? Musst du suchen. Ich bin schon alles dreimal durchgegangen. Äh, der müsste bei den linken Kisten hinterm Bett sein, die Kiste. Äh, wie? Ja, da sind sie doch. Sechs Stück? Du Affe. Wie hast du das Glas überhaupt gemacht? Ähm. Ach, hier. Okay, reicht schon, brauchst nix. Ne. Hab ich die voll übersehen, ey. Hast du die gefunden? Nein, natürlich nicht. Ich f*** mich nicht. Robert, du musst im Viererfeld. Zwei Glas. So parallel, weißt du, immer so. Zwei Glas und zwei Sand. Willkommen zu meinem. Ist das jetzt ernsthaft? Und dann hast du Sandglas. Und dann, und dann kannst du nochmal beraten. Was denn, Danny? Rat mal, was aus dem Meservator rauskam. Was kam denn da raus? Scheiße. So. Ein Eisenblock und Tin. Geil. Ist es euer Realness? Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Ich, ich red mich einfach mit auf. Verdammte Scheiße, ich hab keine Lust mehr auf euch. Einmal mit ne Elektronik Circuit für mich machen, bitte. Ja, warum? Weil ich ne Messewälter gebrauchen. Warum? Ach, du hast, hast du grad ne Dings abgebaut? Ja. Du hast extra Wrench gemacht? Ja, der ist aber, ne, ich hab mit der Wrench abgebaut. Ist nur kaputt gegangen. Wie? Lol. Ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist bei minus acht. Ja, ungefähr. Wenn nicht sogar minus neun. Hä? Wir sollen sowieso ein bisschen mehr NIO spielen, ne? Als, als das andere. Danny? Ja, ja. Aber... Hoffentlich trotzdem. Da hinten am Kabel. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Sehr geil. Ja, dein komische, dein komische Dings hat mein Hammer, ne? Ja. Deine komische, deine komische Luft. Guck mal nach. In welcher? Ja, wie soll ich denn nachgucken? Denn die laufen draußen rum. Ne, hier steht sie. Die laufen draußen rum. Ne, die sind gerade draußen umgelaufen. Ey, geht ja, ne? Natürlich sind die gerade draußen gelaufen. Ich hatte sie im Invertal gehabt. Bist du behindert? Die sind gerade draußen umgelaufen. Das war nicht mal. Alter, ich hab sie... Ich hab eine Aufnahme, dass die gerade draußen umgelaufen sind. Du Spasti, ey. Hä? Du bist sinnlos beleidigend. 300. 3.0? Ja, 3.0. 3.0. Ja, Danny. Was zu? Danke. Ach da. Leute, hast du rausgenommen? Nein, 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 nein. Oh, der mega treu. Wie denn deine Scheißdinger da haben wir jetzt? Dann kriegen wir einen langsamen Penisbruch, ey. Wir brauchen jetzt noch... Langsamer Penisbruch, der soll schmerzhaft sein. Oh, ja. Was haben wir? Flint. Flint in Stil, ja, haben wir. Drei Stück brauchen wir. HAAAHHH! Was? Wenn du dir denn draus drumlaufen lässt... Es ist halb, ja? Wir haben keinen Flip. Wir haben keinen Flip. Wirklich? Was ist das denn? Es ist halb. Halb und dreiviertel acht. Wollen wir erstmal banden? Wir haben aber nicht halb. Halb ist halb. Es ist egal. Lass uns ab. Lass uns erstmal... Wir machen in der Halbwohnung weiter noch. Boah, Mann, wie ich das hasse, diese Pausen. Ja, wie ich dich hasse, ey. Das sind Pausen. So, jetzt würde ich euch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oder gleich, ich weiß nicht genau. Kommt drauf an, wie Tosny schneidet. Ich fühle mich an, Tosny. Muschies.